Seid ihr unterwegs beim Wandern und habt nichts anderes dabei als der Tarb-Ponche und die Stöcke und wollt übernachten, könnt ihr daraus sehr gut ein einfaches A-Frame Tarb aufbauen. Und das geht so. Für den Aufbau des Tarbs habe ich hier noch sechs Heringe mitgebracht. Sechs Heringe sind das Minimum. Ihr könnt es auch mit acht abspannen, dann hat es in der Mitte jeweils auch noch einen. Dazu habe ich jetzt für diesen harten Boden mir ein kleines Hämmerchen mitgebracht. Als erstes entfernt man die Schnur von der Seite und befestigt sie am Kopf- und Fussende des Tarbs. Das heißt, ich führe die Schlaufe hier hin, führe die Schnur da durch und ziehe an. Die andere Schnur, auf der anderen Seite natürlich das Gleiche. Danach geht es darum, die Heringe zu setzen. Als Regel ist es so, dass das Tarb, die beiden Heringe links und rechts sind, ungefähr ein Meter. Das heißt, einen Schritt voneinander entfernt. Das heißt, ich setze hier den ersten Hering. Messe einen Schritt. Kommt etwa hier hin. Jetzt setze ich den nächsten. Heringe Ich suche die Mitte zwischen beiden Heringen, mache eine Schlaufe am Schluss der Schnur, und setze mal zum Test den Hering hier. Den kann ich danach, wenn ich merke, es stimmt noch nicht ganz, immer noch besser platzieren. Den Trekkingstock habe ich jetzt etwa auf 70-80 cm verkürzt, damit es ein schönes Dreieck gibt hier. Den Stock hier hin, suche mir die korrekte Distanz und versenke den Hering hier. Das es dann nicht reinregnet, macht es Sinn oder ist es sicher sinnvoll? So, die Kapuze ganz zusammenzuziehen und die Öffnung hier komplett zu verschließen und auf die Seite zu legen. So, nun steht das Tarp schön stramm da. Das Beste wäre jetzt, ich hätte eine Matte, um drin zu schlafen. Hier unsere neue Flex-Matte, sehr gut passend zur Leichtgewichtsausrüstung, wie hier. Der nächste Schritt wäre dann der hergezauberte Schlafsack. Der kommt dann noch, aber ich verabschiede mich schon mal von euch und wünsche euch viel Spass beim Tarp Poncho Trecken.